Hey und herzlich willkommen zu einem erneuten Video und herzlich willkommen zu meinem Adventskalender. Wenn du nicht weißt, was das ist, ich lade 24 Tage, 24 verschiedene ASMR-Videos hoch für euch mit den verschiedensten Triggern. Du findest hier oben jetzt eine Playlist mit den Videos. Falls du eins verpasst haben solltest, schau gerne vorbei. Heute machen wir mal einfaches Tapping. Das ist ja so der Favorite-Trigger von den meisten. Meiner auch. Und deshalb dachte ich mir, machen wir das heute mal verschiedene Dinge. Wir fangen mit etwas Standardmäßigen an. Einem ganz normalen Kalender. Den habt ihr ja auf meinem Kanal schon mehr als einmal gesehen. Das ist ja so. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Drutscht! 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 So, und das war auch schon der letzte Gegenstand für heute. Und das war der Adventskalender für heute auch. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich irgendwie wissen. Ich sage sowas eigentlich nicht. Aber, naja, der Adventskalender ist natürlich auch für mich eine leichte Zeitfressmaschine. Aber das mache ich gerne für euch. Und deswegen würde es mich freuen, irgendwie bemerkbar machen. Like, Kommentar, ich sage es nur. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder auch Abend. Oder euch eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.